Du hast nur zwei Tage in Bielefeld und heute hast du dein erstes Spiel für uns. Wie fühlst du uns über die ersten Tage in Bielefeld? Heute ist nur der zweite Tag, aber ich bin sehr glücklich, 45 Minuten zu spielen. Ich fühle mich auch sehr gut, mit einem tollen Team und einem tollen Team. Ich habe jetzt eine sehr gute Gefühl. Wie fühlst du dir über heute's Spiel? 1-1, in der zweiten Halbzeit keine Gäste haben. Wie fühlst du das Spiel? Was können wir für die nächste Woche besser machen? Für mich muss ich besser wissen, ob es die Taktik ist, weil es ist der zweite Tag. Für die Taktik ist es vielleicht nicht so close. Wir müssen uns nicht mehr trainieren, weil wir uns nicht mehr trainieren. Wenn wir uns nicht mehr trainieren, dann können wir besser sein. Wie fühlst du deine Chance, gegen Essen zu spielen? Du hast eine Woche, um die Taktik der Team und der Trainer zu bekommen. Wie fühlst du deine Chance, in der nächsten Woche zu spielen oder zu spielen? Natürlich möchte ich immer für 90 Minuten spielen. Ich muss erst einmal allen zeigen, dass ich fit bin. Ich muss auch allen mit guter Kommunikation sprechen. Das ist wichtig. Danke, Rizu, und viel Spaß in Bielefeld! Danke!